Ich war wahrscheinlich noch nie so aufgeregt. Also wenn ich singe in der Oper, das ist viel einfacher, fühlt sich viel einfacher als hier zu stehen. Aber ich bin so überwältigt und so dankbar. Hier zu stehen, das ist eine große Ehre für mich. In diesem Saal sitzen so viele begabte, talentierte und schöne Frauen, die für Wien und Österreich so viel gemacht haben und machen immer noch. Und ich fühle mich einfach überglücklich, unter diesen wunderbaren Kollegen dabei zu sein. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken bei allen, die mich gewählt haben, ohne die ich nicht hier stehen würde. Bei der Schule, bei den Leserinnen und Leser von Madonna, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, bei der wunderschönen Sängerin und einer supertollen Frau, Frau Ildiko Raimondi. Natürlich bei meiner Familie, die mich immer unterstützt und jeden Tag ans Neue inspiriert. Ja, danke schön. Vielen Dank für das. Ich bin dankbar, ich bin sehr stolz, diesen wichtigen Preis am Anfang meiner Karriere zu bekommen. Das ist ein guter Zeichen für mich, dass ich vielleicht doch auf dem richtigen Weg bin. Vielen, vielen Dank. Auch hier ein gemeinsames Foto.